Namaste, die Welt ist schön. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit heute, weil heute ist Sonntag, der Tag des Herrn, der Tag der Sonne, der erste Tag der Woche. Ja, das hat man im Christentum ein bisschen vertraut. Am siebten Tage sollst du ruhen, ist der Tag des Herrn, ist nicht der siebte, ist der erste Tag. Der Tag der Sonne, dann kommt der Mondtag, das ist der Spiegel des Sonnentages. Dann kommt der Dienstag, ein Marstag, der Mittwoch ein Merkurtag, dann kommt der Jupiter-Donals-Tag. Dann kommt der Freier-Tag, der Freitag, der Frauentag, der Venus-Tag, dann der Saturn-Tag, Ura, Ura, der Ursprungstag. Das ist im Prinzip die siebte Reihe und dann wieder der Sonntag. Gestern war ja Fasching-Samstag und gleichzeitig noch Valentinstag, da werden heute wieder viele Kopfweh haben. Weil da geht man ja fort, da ist ja Fasching-Phase-Nacht, da ist Fetzen-Boy, Lumpen-Boy, Sänger-Boy, Tralala-Boy. Und da haut man ein wenig auf die Kacke, setzt eine Maske auf. Das heißt, in der Fastnacht tut man das einzige Mal im Jahre, das was wahr ist, man trägt seine Maske zur Schau. Das ist immer ganz interessant, als was man sich maskiert, das hat immer einen tiefen Ausdruck oder einen Aspekt seiner Seele, der man geht. Ob man jetzt als Teiferl geht oder als Bonbon oder als Würstel oder als Neptun oder als Papa-Schlumpf. Ich schaue, sehe gerade aus, heute wird der Papa-Schlumpf, oben rot, unten blau. Okay, ja, und wenn du heute einen schönen Tag mit dir genießen möchtest, weil draußen zum Beispiel die Sonne scheint, bei uns kommt die Sonne raus, das hat schick verloren bei der Nacht. Aber es ist klar und heute gehe ein bisschen bald und werde mich da ein bisschen inspirieren lassen. Dann lebe diesen Sonnentag wie ein Sonnenkind. Gehe in die Sonne oder leg dich daheim unter eine Höhen Sonne, leg dich in die Badewanne, lies was Schönes, was die Sonne im Herzen macht. Oder sei einfach selbst die Sonne und gehe raus, grüße Leute, lächle in die Welt. Es geht nach dem Gesetz der Resonanz gar nicht anders, als dass die zurücklächeln. In diesem Sinne, ab durch die Rinne, einen wunderschönen Tag der Sonne, dir als Sohne-Mann oder Sohne-Frau, die Söhninnen und die Söhne der Sonne sollen heute wieder Sonne in die Welt bringen. Also, arrivederci, wir sehen uns und Namaste, macht das heute schön.